Hallo, schön, dass du hier bist. Mein Name ist Nina Beste und ich lade dich dazu ein, dich heute Abend auf eine Reise der Selbstheilung für deine Augen zu begeben. Deine Augen sind ein wertvolles Geschenk, durch die du zwar die Schönheit der Welt erleben kannst, aber auch zum Teil die andere, unschöne Seite dieser menschlichen Erfahrung siehst. Manchmal können die Augen dadurch müde oder gestresst sein, sei es auf körperlicher oder seelischer Ebene. Diese Meditation wird dir helfen, dich zu entspannen, deine Augen zu heilen und ihre Gesundheit zu fördern und in einen erholsamen Schlaf zu fallen. In der chinesischen Medizin sind die Augen auch mit der Energie der Leber verbunden. Ich empfehle dir daher auch an deine Lebergesundheit zu denken, wenn du deine Augen heilen und ihre Gesundheit fördern möchtest. Du kannst dir die Meditation für eine gesunde Leber wunderbaren Kombination mit dieser Meditation anhören. Auch die positiven Affirmationen am Ende der Meditationen für Heilung können dich täglich begleiten, um deine Gesundheit dauerhaft zu fördern. Du kannst alles auf meinem Kanal und in meiner App finden. Die Links sind in der Beschreibung dieses Videos. Mache es dir gerne schon mal bequem, während ich dir noch etwas über die Augen erzähle und wie diese Einschlaf-Meditation dich dabei unterstützt, jegliche Probleme oder Krankheiten der Augen zu heilen und ihre Gesundheit zu fördern, um dauerhaft dein Sehvermögen zu stärken und auf emotionaler Ebene gesund zu sein. Du kannst in der Zwischenzeit auch gerne etwas Augen-Yoga machen. Du kannst eine Acht visualisieren und deine Augen diese imaginär zeichnen lassen. Du bewegst die Augen dadurch in verschiedene Richtungen, was ihre Gesundheit fördert. Beginnen wir also damit zu verstehen, warum Probleme oder Krankheiten in den Augen auftreten können. Auf körperlicher Ebene können sie zum Beispiel durch übermäßige Belastung, Trockenheit oder Allergien verursacht werden. Aber unsere Augen sind auch ein Spiegel unserer Seele. Seelische Ursachen können besonders emotionaler Stress und mangelnde Klarheit sein, speziell wenn wir uns selber negativ sehen. Auch wenn wir uns in einer Weise limitiert fühlen oder Emotionen unterdrücken, welche uns nicht unseren Weg weitergehen lassen, kann sich das auf das Sehvermögen auswirken. Unsere Augen drücken oft das aus, was in unserem Inneren vorgeht. Wenn wir sehen, was um uns herum geschieht und dies aber nicht akzeptieren können und negative Emotionen wie Wut, Hass und Verbitterung in uns ansammeln, dann schließen wir spirituell gesehen unsere Augen, was auch körperliche Auswirkungen haben kann. Spirituell betrachtet sind die Augen ein Wort zur Seele. Sie sind mit dem Stirnchakra auch bekannt als das dritte Auge verbunden. Das Stirnchakra ist das Zentrum der Intuition, Klarheit und Erkenntnis. Wenn es blockiert oder unausgeglichen ist, können Augenprobleme auftreten. Daher ist es wichtig, nicht nur körperlich, sondern auch spirituell für unsere Augen zu sorgen. Solltest du gerade Probleme mit deinen Augen haben, so kann dies auch darauf hindeuten, dass du deine spirituelle Wahrnehmung jetzt verbessern oder noch fördern kannst. Früher war es sogar bekannt, seine Augen im Schlaf abzudecken, um sie von negativen Energien zu schützen. Du schließt die Augen zum Schlafen, danach soll das dritte Auge zum Teil geöffnet sein, denn deine Seele ist immer wach und so siehst du in deinen Träumen weiter. Lass uns nun in die eigentliche Meditation eintauchen. Schließe bitte deine Augen, falls du dir es nicht schon getan haben solltest. Wenn du magst, reibe nun deine Hände sanft zusammen, um Wärme zu erzeugen und lege sie dann vorsichtig über deine geschlossenen Augen. Entspanne dich und atme ruhig, während du die Dunkelheit genießt. Das hilft dir in diesem Moment, die Augenmuskeln noch intensiver zu entspannen. Atme tief ein und aus, während du dich für einen Augenblick bewusst auf deine Atmung konzentrierst. Spüre, wie dein restlicher Körper sich nun auch immer mehr entspannt und den Tag mit jeder Ausatmung langsam verblassen lässt. Entspanne alle Muskeln in deinem Körper. Stelle dir vor, wie eine sanfte, beruhigende Energie in Form eines warmen Lichts von oben auf deinen Kopf strömt. Lass die Farbe intuitiv erscheinen und auf dich wirken. Dieses Licht repräsentiert die heilende Kraft des Universums, die jetzt zu dir kommt, um deine Augen zu heilen. Spüre, wie es deine Stirn erreicht und sanft um dein Stirnchakra herumfließt. Spüre, wie das Licht durch deinen gesamten Körper fließt und dich immer mehr entspannt. Visualisiere nun, wie dieses warme Licht in deine Augen eindringt. Es umhüllt sie wie eine liebevolle Umarmung und beginnt jegliche Blockaden zu lösen. Stelle dir vor, wie deine Augen sich mit diesem heilenden Licht aufladen, wie die Batterien eines wundervollen Instruments. Während du dich auf dieses heilenden Licht konzentrierst, erlaube dir, deine Augen für jegliche seelischen Belastungen zu öffnen. Denke darüber nach, was vielleicht deine Augen belastet haben könnte, sei es Stress, Sorgen oder unverarbeitete Emotionen. Lass diese Gefühle los und erlaube dem heilenden Licht, sie zu transformieren. Lass diese Gefühle los und erlaube dem heilenden Licht. Lass diese Gefühle los und erlaube dem heilenden Licht. Sehr schön. Nun richte deine Aufmerksamkeit auf dein Stirnchakra. Visualisiere, wie das heilende Licht in es einbringt. Spüre, wie sich das Stirnchakra langsam öffnet und von blockierenden Energien befreit. Lasse jegliche Dunkelheit oder Unklarheit aus deinem Stirnchakra herausfließen und durch das heilende Licht ersetzt werden. Lass diese Gefühle los und erlaube dem heilenden Licht. Untertitelung des ZDF, 2020 Bemerke, dass dein Stirnchakra, dein drittes Auge, jetzt als ein strahlender, indigo-blauer Wirbel in der Mitte deiner Stirn schwingt. Es strahlt heller und heller. Während du dich weiterhin auf deine Atmung konzentrierst, siehst du, wie das Licht deines Stirnchakras durch ist und deine Augen strömt und sie mit Klarheit und Erkenntnis füllt. Dieses Chakra ist der Schlüssel zur spirituellen Sichtweise, zur Verbindung mit deiner inneren Weisheit und zur Heilung deiner Augen. Spüre, wie das Licht dich mit immer mehr Gesundheit füllt. Du hast alles Unnötige losgelassen, alle Energien, die dir nicht mehr dienlich sind, und kannst dich jetzt mit vollkommener Gesundheit wieder auffüllen. Du hast alles Unnötige losgelassen, alle Energien, die dir nicht mehr dienlich sind, und kannst dich nicht mehr dienlich sind, und kannst dich nicht mehr dienlich sind, und kannst dich nicht mehr dienlich sind. Du hast alles Unnötige losgelassen, alle Energien, die dir nicht mehr dienlich sind, und kannst dich nicht mehr dienlich sind, und kannst dich nicht mehr dienlich sind, und kannst dich nicht mehr dienlich sind. Sehr schön. Spüre, wie sich dieses Licht in deinem gesamten Körper ausbreitet und dir Gesundheit und Liebe schenkt. Spüre, dass deine Augen gesund sind, dass du klar sehen kannst, und dass deine Augen im Einklang mit deinem restlichen Körper sind. Alle Funktionen haben ihren optimalen, gesunden Ablauf, und es geht dir gut. Visualisier. Visualisier. Wenn du magst, wie du mit Klarheit durch dein Leben gehst, wie du die schönen Dinge erkennst, und Liebe, Selbstliebe, Frieden und die Weisheiten der Natur aufnimmst. Du akzeptierst, was du siehst, und gibst dein Bestes, um diese Welt mit Liebe und Frieden zu füllen. Du bist genug, und deine positive Energie wirkt sich universell auf die Welt aus. Du bist genug, und deine positive Energie, selbst die Welt mit Liebe und Frieden zu füllen. Untertitelung des ZDF, 2020 In diesem Zustand der Entspannung und Ruhe darfst du nun jederzeit einschlafen. Deine Augen werden die ganze Nacht von dieser gesunden Energie umgeben sein, während dein Körper sich regeneriert. Vertraue diesem Prozess und erlaube ihm, sich zu entfalten. Gute Nacht Mögen deine Träume schön und heilsam sein und deine Augen morgen in neuem Glanz erstrahlen. Schlaf gut Natürliche Schönheit und Klarheit strahlen aus meinen Augen. Meine Augen sind entspannt, gesund und voller positiver Energie. Die Gesundheit meiner Augen ist ein wertvolles Geschenk. Meine Augen sind geheilt und mit Liebe und Geduld gefüllt. Klarheit und Weisheit fließen durch mein Stirnchakra. Meine Intuition führt mich stets auf den richtigen Weg. Meine Augen strahlen in ihrem natürlichen Glanz. Die Welt zeigt sich mir in all ihrer Schönheit. Ich pflege meine Augen mit achtsamer Sorgfalt. Meine Augen sind frei und können die Wahrheit sehen. Die Energie in meinem Stirnchakra ist ausgeglichen. Ich sehe die Welt mit einem klaren Geist. Die Weisheit meines Inneren leitet meine Entscheidungen. Meine Augen erfreuen sich an den wundervollen Momenten des Lebens. Meine Augen sind ein Fenster zu Liebe und Freude. Die Heilkraft in mir stärkt meine Augen. Meine Augen erholen sich in jedem Schlaf. Meine Augen sind vollkommen. Die Strahlkraft meiner Augen ist erneuert. Mein Stirnchakra ist offen für neue Erkenntnisse. Die Weisheit des Universums fließt durch mich. Ich vertraue meiner inneren Führung. Meine Augen sind klar und ausdrucksstark. Ich kann die Wahrheit auf allen Ebenen sehen und deuten. Meine Augen sind ein Spiegel meiner inneren Ruhe. Ich sehe die Schönheit in den Details des Lebens. Meine Augen sind rundum gesund. Mein drittes Auge ist geöffnet für höhere Einsichten. Die Harmonie in meinem Stirnchakra bringt Klarheit. Mein Stirnchakra ist im Einklang mit all meinen anderen Chakren. Ich sehe die Welt mit einem energetisch offenen Herzen. Die Liebe in mir nährt meine Augen. Ich bin glücklich, gesund und zufrieden. Natürliche Schönheit und Klarheit strahlen aus meinen Augen. Meine Augen sind entspannt, gesund und voller positiver Energie. Die Gesundheit meiner Augen ist ein wertvolles Geschenk. Meine Augen sind geheilt und mit Liebe und Geduld gefüllt. Klarheit und Weisheit fließen durch mein Stirnchakra. Meine Intuition führt mich stets auf den richtigen Weg. Meine Augen strahlen in ihrem natürlichen Glanz. Die Welt zeigt sich mir in all ihrer Schönheit. Ich pflege meine Augen mit achtsamer Sorgfalt. Meine Augen sind frei und können die Wahrheit sehen. Die Energie in meinem Stirnchakra ist ausgeglichen. Ich sehe die Welt mit einem klaren Geist. Die Weisheit meines Inneren leitet meine Entscheidungen. Meine Augen erfreuen sich an den wundervollen Momenten des Lebens. Meine Augen sind ein Fenster zu Liebe und Freude. Die Heilkraft in mir stärkt meine Augen. Meine Augen erholen sich in jedem Schlaf. Meine Augen sind vollkommen. Die Strahlkraft meiner Augen ist erneuert. Mein Stirnchakra ist offen für neue Erkenntnisse. Die Weisheit des Universums fließt durch mich. Ich vertraue meiner inneren Führung. Meine Augen sind klar und ausdrucksstark. Ich kann die Wahrheit auf allen Ebenen sehen und deuten. Meine Augen sind ein Spiegel meiner inneren Ruhe. Ich sehe die Schönheit in den Details des Lebens. Meine Augen sind rundum gesund. Mein drittes Auge ist geöffnet für höhere Einsichten. Die Harmonie in meinem Stirnchakra bringt Klarheit. Mein Stirnchakra ist im Einklang mit all meinen anderen Chakren. Ich sehe die Welt mit einem energetisch offenen Herzen. Die Liebe in mir nährt meine Augen. Ich bin glücklich, gesund und zufrieden. Natürliche Schönheit und Klarheit strahlen aus meinen Augen. Meine Augen sind entspannt, gesund und voller positiver Energie. Die Gesundheit meiner Augen ist ein wertvolles Geschenk. Meine Augen sind geheilt und mit Liebe und Geduld gefüllt. Klarheit und Weisheit fließen durch mein Stirnchakra. Meine Intuition führt mich stets auf den richtigen Weg. Meine Augen strahlen in ihrem natürlichen Glanz. Die Welt zeigt sich mir in all ihrer Schönheit. Ich pflege meine Augen mit achtsamer Sorgfalt. Meine Augen sind frei und können die Wahrheit sehen. Die Energie in meinem Stirnchakra ist ausgeglichen. Ich sehe die Welt mit einem klaren Geist. Die Weisheit meines Inneren leitet meine Entscheidungen. Meine Augen erfreuen sich an den wundervollen Momenten des Lebens. Meine Augen sind ein Fenster zu Liebe und Freude. Die Heilkraft in mir stärkt meine Augen. Meine Augen erholen sich in jedem Schlaf. Meine Augen sind vollkommen. Die Strahlkraft meiner Augen ist erneuert. Mein Stirnchakra ist offen für neue Erkenntnisse. Die Weisheit des Universums fließt durch mich. Ich vertraue meiner inneren Führung. Meine Augen sind klar und ausdrucksstark. Ich kann die Wahrheit auf allen Ebenen sehen und deuten. Meine Augen sind ein Spiegel meiner inneren Ruhe. Ich sehe die Schönheit in den Details des Lebens. Meine Augen sind rundum gesund. Mein drittes Auge ist geöffnet für höhere Einsichten. Die Harmonie in meinem Stirnchakra bringt Klarheit. Mein Stirnchakra ist im Einklang mit all meinen anderen Chakren. Ich sehe die Welt mit einem energetisch offenen Herzen. Die Liebe in mir nährt meine Augen. Ich bin glücklich, gesund und zufrieden. Natürliche Schönheit und Klarheit strahlen aus meinen Augen. Meine Augen sind entspannt, gesund und voller positiver Energie. Die Gesundheit meiner Augen ist ein wertvolles Geschenk. Meine Augen sind geheilt und mit Liebe und Geduld gefüllt. Klarheit und Weisheit fließen durch mein Stirnchakra. Meine Intuition führt mich stets auf den richtigen Weg. Meine Augen strahlen in ihrem natürlichen Glanz. Die Welt zeigt sich mir in all ihrer Schönheit. Ich pflege meine Augen mit achtsamer Sorgfalt. Meine Augen sind frei und können die Wahrheit sehen. Die Energie in meinem Stirnchakra ist ausgeglichen. Ich sehe die Welt mit einem klaren Geist. Die Weisheit meines Inneren leitet meine Entscheidungen. Meine Augen erfreuen sich an den wundervollen Momenten des Lebens. Meine Augen sind ein Fenster zu Liebe und Freude. Die Heilkraft in mir stärkt meine Augen. Meine Augen erholen sich in jedem Schlaf. Meine Augen sind vollkommen. Die Strahlkraft meiner Augen ist erneuert. Mein Stirnchakra ist offen für neue Erkenntnisse. Die Weisheit des Universums fließt durch mich. Ich vertraue meiner inneren Führung. Meine Augen sind klar und ausdrucksstark. Ich kann die Wahrheit auf allen Ebenen sehen und deuten. Meine Augen sind ein Spiegel meiner inneren Ruhe. Ich sehe die Schönheit in den Details des Lebens. Meine Augen sind rundum gesund. Mein drittes Auge ist geöffnet für höhere Einsichten. Die Harmonie in meinem Stirnchakra bringt Klarheit. Mein Stirnchakra ist im Einklang mit all meinen anderen Chakren. Ich sehe die Welt mit einem energetisch offenen Herzen. Die Liebe in mir nährt meine Augen. Ich bin glücklich, gesund und zufrieden. Natürliche Schönheit und Klarheit strahlen aus meinen Augen. Meine Augen sind entspannt, gesund und voller positiver Energie. Die Gesundheit meiner Augen ist ein wertvolles Geschenk. Meine Augen sind geheilt und mit Liebe und Geduld gefüllt. Klarheit und Weisheit fließen durch mein Stirnchakra. Meine Intuition führt mich stets auf den richtigen Weg. Meine Augen strahlen in ihrem natürlichen Glanz. Die Welt zeigt sich mir in all ihrer Schönheit. Ich pflege meine Augen mit achtsamer Sorgfalt. Meine Augen sind frei und können die Wahrheit sehen. Die Energie in meinem Stirnchakra ist ausgeglichen. Ich sehe die Welt mit einem klaren Geist. Die Weisheit meines Inneren leitet meine Entscheidungen. Meine Augen erfreuen sich an den wundervollen Momenten des Lebens. Meine Augen sind ein Fenster zu Liebe und Freude. Die Heilkraft in mir stärkt meine Augen. Meine Augen erholen sich in jedem Schlaf. Meine Augen sind vollkommen. Die Strahlkraft meiner Augen ist erneuert. Mein Stirnchakra ist offen für neue Erkenntnisse. Die Weisheit des Universums fließt durch mich. Ich vertraue meiner inneren Führung. Meine Augen sind klar und ausdrucksstark. Ich kann die Wahrheit auf allen Ebenen sehen und deuten. Meine Augen sind ein Spiegel meiner inneren Ruhe. Ich sehe die Schönheit in den Details des Lebens. Meine Augen sind rundum gesund. Mein drittes Auge ist geöffnet für höhere Einsichten. Die Harmonie in meinem Stirnchakra bringt Klarheit. Mein Stirnchakra ist im Einklang mit all meinen anderen Chakren. Ich sehe die Welt mit einem energetisch offenen Herzen. Die Liebe in mir nährt meine Augen. Ich bin glücklich, gesund und zufrieden. Natürliche Schönheit und Klarheit strahlen aus meinen Augen. Meine Augen sind entspannt, gesund und voller positiver Energie. Die Gesundheit meiner Augen ist ein wertvolles Geschenk. Meine Augen sind geheilt und mit Liebe und Geduld gefüllt. Klarheit und Weisheit fließen durch mein Stirnchakra. Meine Intuition führt mich stets auf den richtigen Weg. Meine Augen strahlen in ihrem natürlichen Glanz. Die Welt zeigt sich mir in all ihrer Schönheit. Ich pflege meine Augen mit achtsamer Sorgfalt. Meine Augen sind frei und können die Wahrheit sehen. Die Energie in meinem Stirnchakra ist ausgeglichen. Ich sehe die Welt mit einem klaren Geist. Die Weisheit meines Inneren leitet meine Entscheidungen. Meine Augen erfreuen sich an den wundervollen Momenten des Lebens. Meine Augen sind ein Fenster zu Liebe und Freude. Die Heilkraft in mir stärkt meine Augen. Meine Augen erholen sich in jedem Schlaf. Meine Augen sind vollkommen. Die Strahlkraft meiner Augen ist erneuert. Mein Stirnchakra ist offen für neue Erkenntnisse. Die Weisheit des Universums fließt durch mich. Ich vertraue meiner inneren Führung. Meine Augen sind klar und ausdrucksstark. Ich kann die Wahrheit auf allen Ebenen sehen und deuten. Meine Augen sind ein Spiegel meiner inneren Ruhe. Ich sehe die Schönheit in den Details des Lebens. Meine Augen sind rundum gesund. Mein drittes Auge ist geöffnet für höhere Einsichten. Die Harmonie in meinem Stirnchakra bringt Klarheit. Mein Stirnchakra ist im Einklang mit all meinen anderen Chakren. Ich sehe die Welt mit einem energetisch offenen Herzen. Die Liebe in mir nährt meine Augen. Ich bin glücklich, gesund und zufrieden. Natürliche Schönheit und Klarheit strahlen aus meinen Augen. Meine Augen sind entspannt, gesund und voller positiver Energie. Die Gesundheit meiner Augen ist ein wertvolles Geschenk. Meine Augen sind geheilt und mit Liebe und Geduld gefüllt. Klarheit und Weisheit fließen durch mein Stirnchakra. Meine Intuition führt mich stets auf den richtigen Weg. Meine Augen strahlen in ihrem natürlichen Glanz. Die Welt zeigt sich mir in all ihrer Schönheit. Ich pflege meine Augen mit achtsamer Sorgfalt. Meine Augen sind frei und können die Wahrheit sehen. Die Energie in meinem Stirnchakra ist ausgeglichen. Ich sehe die Welt mit einem klaren Geist. Die Weisheit meines Inneren leitet meine Entscheidungen. Meine Augen erfreuen sich an den wundervollen Momenten des Lebens. Meine Augen sind ein Fenster zu Liebe und Freude. Die Heilkraft in mir stärkt meine Augen. Meine Augen erholen sich in jedem Schlaf. Meine Augen sind vollkommen. Die Strahlkraft meiner Augen ist erneuert. Mein Stirnchakra ist offen für neue Erkenntnisse. Die Weisheit des Universums fließt durch mich. Ich vertraue meiner inneren Führung. Meine Augen sind klar und ausdrucksstark. Ich kann die Wahrheit auf allen Ebenen sehen und deuten. Meine Augen sind ein Spiegel meiner inneren Ruhe. Ich sehe die Schönheit in den Details des Lebens. Meine Augen sind rundum gesund. Mein drittes Auge ist geöffnet für höhere Einsichten. Die Harmonie in meinem Stirnchakra bringt Klarheit. Mein Stirnchakra ist im Einklang mit all meinen anderen Chakren. Ich sehe die Welt mit einem energetisch offenen Herzen. Die Liebe in mir nährt meine Augen. Ich bin glücklich, gesund und zufrieden. Natürliche Schönheit und Klarheit strahlen aus meinen Augen. Meine Augen sind entspannt, gesund und voller positiver Energie. Die Gesundheit meiner Augen ist ein wertvolles Geschenk. Meine Augen sind geheilt und mit Liebe und Geduld gefüllt. Klarheit und Weisheit fließen durch mein Stirnchakra. Meine Intuition führt mich stets auf den richtigen Weg. Meine Augen strahlen in ihrem natürlichen Glanz. Die Welt zeigt sich mir in all ihrer Schönheit. Ich pflege meine Augen mit achtsamer Sorgfalt. Meine Augen sind frei und können die Wahrheit sehen. Die Energie in meinem Stirnchakra ist ausgeglichen. Ich sehe die Welt mit einem klaren Geist. Die Weisheit meines Inneren leitet meine Entscheidungen. Meine Augen erfreuen sich an den wundervollen Momenten des Lebens. Meine Augen sind ein Fenster zu Liebe und Freude. Die Heilkraft in mir stärkt meine Augen. Meine Augen erholen sich in jedem Schlaf. Meine Augen sind vollkommen. Die Strahlkraft meiner Augen ist erneuert. Mein Stirnchakra ist offen für neue Erkenntnisse. Die Weisheit des Universums fließt durch mich. Ich vertraue meiner inneren Führung. Meine Augen sind klar und ausdrucksstark. Ich kann die Wahrheit auf allen Ebenen sehen und deuten. Meine Augen sind ein Spiegel meiner inneren Ruhe. Ich sehe die Schönheit in den Details des Lebens. Meine Augen sind rundum gesund. Mein drittes Auge ist geöffnet für höhere Einsichten. Die Harmonie in meinem Stirnchakra bringt Klarheit. Mein Stirnchakra ist im Einklang mit all meinen anderen Chakren. Ich sehe die Welt mit einem energetisch offenen Herzen. Die Liebe in mir nährt meine Augen. Ich bin glücklich, gesund und zufrieden. Ich bin glücklich, gesund und zufrieden. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020